Du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich ne Stelle. Der eigentliche Lern- und Entwicklungsplan enthält in tabellarischer Form Felder für den ausgewählten Aspekt, entnommen aus dem Ist-Stand, die Formulierung der Förderziele und des nächsten Entwicklungsschrittes, die Festlegung der Fördermaßnahmen, die Prozessbeobachtung und Evaluation sowie Raum für weitere Eintragungen für an der Förderung beteiligte Personen. Es ist sinnvoll, maximal zwei bis drei ausgewählte Aspekte gleichzeitig zu bearbeiten. Das Ausfüllen dieses zunächst übersichtlich aussehenden Formulars ist durchaus anspruchsvoll. Die Entscheidungen, die getroffen werden, müssen vor dem Hintergrund sonderpädagogischer und fachlicher Kenntnisse und vor dem Hintergrund der vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten gut durchdacht werden. Zunächst gilt es, einen wichtigen Aspekt für die Förderung aus dem Ist-Stand auszuwählen. Diese Wahl kann angesichts eines komplexen Förderbedarfs und mit Blick auf die Umsetzbarkeit, zum Beispiel im gemeinsamen Lernen, schwierig sein. Mögliche Entscheidungskriterien können beispielsweise sein, Die Entscheidung für das Entwicklungspotenzial, das dem Lernenden mit der größten Wahrscheinlichkeit neue befriedigende Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten eröffnen kann. Leidensdruck bei Schülern, Lehrkräften oder Eltern. Die Entscheidung auf die Förderbereiche, die im gestörten Schulalltag gesichert durchführbar sind. Die Auswahl der Förderangebote, die mit den vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen leistbar sind. Oder zum Beispiel auch fachliche Notwendigkeiten, die durch Richtlinienvorgaben zu erfüllen sind. Damit ein Kind etwas Neues lernen kann und sein Ziel erreichen kann, muss der Unterricht bzw. die Förderung an der Zone der nächsten Entwicklung orientiert sein. Gemeint ist damit der Bereich zwischen dem Niveau, das ohne Hilfe realisierbar ist, und dem oberen Niveau, das mit Hilfe erreichbar ist. Das Ziel muss für das Kind eine angemessene Herausforderung darstellen, durch die es weder unter- noch überfordert wird. Ein Ziel ist smart, wenn es die folgenden Bedingungen erfüllt. Es ist spezifisch konkret, das heißt präzise und eindeutig formuliert. Es ist außerdem qualitativ und quantitativ messbar. Es ist ebenfalls attraktiv, das heißt positiv formuliert und motivierend, realistisch, wirklich erreichbar und umsetzbar, sowie terminiert auf einen konkreten Zeitpunkt. Unter Fördermaßnahmen werden alle Handlungen verstanden, die förderzielfördernd sind. Diese Formulierung schließt präventive und intervenierende Maßnahmen ebenso wie gut evaluierte komplexe Förderprogramme oder einfache Methoden ein. Handlungen, welche auf die Erweiterung der Informationsbasis zielen, zum Beispiel weitere Gespräche oder diagnostische Verfahren, können ebenfalls als Fördermaßnahme verstanden werden. Bei der Suche nach geeigneten Fördermaßnahmen für das einzelne Kind ist zu bedenken, dass eine individuelle Diagnose auch in eine gruppenbezogene Förderung münden kann. Lern- und Entwicklungsplanung darf sich nicht nur auf Maßnahmen im Kontakt mit dem einzelnen Kind beschränken, sondern muss in den Zusammenhang des Schul- und Unterrichtsalltages gestellt werden. Einzelmaßnahmen sind zur effektiven und individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern oft naheliegend und in vielen Fällen auch unverzichtbar. Sie erfordern häufig jedoch hohe zeitliche und personelle Ressourcen, die im inklusiven Schulalltag derzeit nur begrenzt zur Verfügung stehen. Diesem Dilemma kann begegnet werden, indem individuelle Förderung sowohl in Einzelsituationen als auch so oft wie möglich unterrichtsimmanent erfolgt, zum Beispiel eine besondere Ansprache, individuelle Regeln, vereinbarte Zeichen oder Verstärkersysteme. Die Bedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler werden bei den Überlegungen und Entscheidungen zum Classroom-Management berücksichtigt, wie beispielsweise die Gestaltung der Lernumgebung, Regeln, Routinen und Rituale. Erzieherische Konzepte sind daraufhin zu überprüfen und anzupassen, dass sie für alle Schülerinnen und Schüler, auch für die mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, gelten können. Das kann sowohl auf der Ebene der Klasse als auch auf der Ebene der gesamten Schule stattfinden. Es kann sinnvoll sein, zeitlich begrenzte Förderung im Rahmen äußerer Differenzierung, also in der Kleingruppe zu planen, oder als Einzelförderung. Die äußere Differenzierung kann sowohl fachlich als auch entwicklungsbezogen begründet werden. Bei Projekten oder Vorhaben kann der Förderbedarf in die Planung einbezogen werden oder dazu den Ausgangspunkt bilden, zum Beispiel bei Projektwochen, Unterrichtsgängen, Klassenfahrten oder Schulfesten. Zur Umsetzung des Förderziels kann eine Unterrichtsreihe geplant werden. Der Förderbedarf einzelner oder mehrerer Lernenden ist dann Ausgangspunkt zur Planung einer förderzielorientierten Unterrichtsreihe. Bei der Planung einer fachbezogenen Unterrichtsreihe ist eine passende Verknüpfung mit dem entwicklungsbezogenen Förderbedarf herzustellen. In regelmäßig, möglichst festgelegten Zeitabständen erfolgt alleine oder im Team die Prozessbeobachtung bzw. die Überprüfung des Förderplans. Dabei wird evaluiert, ob im Sinne der Zielsetzung Fortschritte gemacht wurden. Wenn ja, welche sind die nächsten Schritte? Wenn teilweise, was sollte verändert werden? Wenn gar keine Fortschritte gemacht wurden, sollte überlegt werden, wie die Istlage, Ziele und Förderungsbedürfnisse anders beschrieben werden müssen.